Einer der Orte, an denen die mediterranen Mönzrobben den Frieden finden, den sie suchen und Orte auswählen, die die Menschen nicht leicht erreichen können, oder einsame Felsstrände, sind die Küsten von Anamor. Die Generation lebt vom Aussterben bedroht. Weltweit gibt es nur vier Länder. Sie leben hauptsächlich in der Türkei. Dichtungen sind zwischen zwei und drei Meter hoch. Die Robben können bis zu 300 Kilogramm wiegen. Ein Welterbe. Mediterranes Mönzrobben. Untertitelung des ZDF, 2020